Und damit Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Alice 17. Heute, ja, doch mal gucken. Das heißt wieder Spaß zu haben. Vielleicht auch jetzt ein Slow-Mo, weiß ich noch nicht oder ich überspring's einfach. Ja, Leute. Die Kamera nehme ich für Metalldetektor-Media-News oder halt Autorrafen, weil die jetzt nicht die beste Auflösung hat, kann man mal so sagen. Oh, das wird schon wieder so viel. Ich seh schon mal. Ich weiß nicht, ob wir mal was anderes zacken wollen. Wollen wir mal machen? Okay, dann warten wir mal. Dann steigen wir jetzt. Dann spielen wir mal was anderes, Alter. Dann müssen wir halt mal greifen, nicht immer gucken. Wir sehen uns wieder, wenn ich's weiß. So, da bin ich wieder. Wir spielen jetzt Lego City Undercover. Oh mein. Ja, da kommt nur eine mögliche. Ich glaub, ich bin jetzt bei. Oh, ich weiß nicht. Was? Ja, das macht schon Bock manchmal. Äh, Part 2 und Part 3, äh, ne, Part, ähm, Part, Part, Part 13 oder Part 12 und Part 13 kommen morgen erst. Weil heute kommen andere Videos auf jeden Fall nach, die wir sind und immer produziert. Also das ist das erste Video, was ich heute mach. Ja. 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 Ich komm erst mal an, ich hab noch mal so. Ähm. Ja. Ja. Ich hab dort schon mal kurz. Ja, ich hab hier, wie eigentlich's jetzt. Ich hab dir die Zeit mehr keinen Tag früher. Ich hab, in der D Стrasse gar nicht. Ja. Naja. Das war schon mal kurz. Aber du musst jetzt mal kaputt machen. Und ich hab, in der D. Karte mal这样esierten. Aber ich hab, auch wenn du das mal kaputt machen kannst, da ist das für dich nicht. Und ich hab, auch. Und ich hab, das hier ein Handy gemacht. Oh. Das war schon mal kurz. Du, das war nicht nur. Oh, der war halt. Wenn es 10 Abonnenten gibt, dann kommt es um die Möte. Möte, halte die Päckte, um die Möte. So. So, 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 so. Die Kleine, die Möste. Das ist auf der Körper, wenn ich das nicht hole. Ich bin ein bisschen Polizist, ein bisschen in den Körper. Missionen haben wir gerade gar nicht. Wie ich wissen dürfte. Oder so. Eigentlich habe ich gar keinen Bock. Aber geht schon noch. Ich zeig euch jetzt mal, wo ihr den leichtesten... Nee, die findet, wo ihr am leichtesten inkommt. Ein bisschen Platz machen heute. Warte mal. Ah, den geht sicher gut. Damit können wir ja Kontakt in die Gauern reichen. Ah, gut. So, wir müssen dann bei dem Krankenhaus lang. Was ziehst du denn jetzt rüber, du mein Gott? Wir müssen einfach mal auf die Karte gucken. Und wir müssen da nochmal... Ja. Ja, oder? Das Video wird auch erst mal umkommt. Also zu dem Öffentlichkeitspunkt dann wahrscheinlich am... Äh... Sommer? Oder Monat? Irgendwann da. An der Stelle bringe ich mir jetzt mal ein anderes Auto. Weil das dies bohrnt. Das ist mehr als auch hier. Polizei an der Lebenheit. Eine kleine Abkürzung. Wie gesagt, schaut da mal auf TikTok vorbei. Und das war die 1000 Abonnenten vor, dass man David schon mal live spielen kann. So, und der stellst du mal schon da. Ich werde mich dann meistens hier hin. Steig auf und geh dann hier rein. Das ist so ein Feld, das man ganz wenig biegt. Dann musst du einfach mal wahr drücken, dann fährst du mit ein paar Sekunden drauf. Und ich glaub, du brauchst auch einen Astronauten, damit du durchkommst weiter, beziehungsweise ein paar, ja. Und rausfüllen. Geil. So, und jetzt schauen wir mal hier schon mal die Kornzeilen, dann medizieren. Und das war so. Und ja, wenn ihr hier schon einen Hubschrauber habt, dann könnt ihr euch jetzt gucken. Ich hab schon zwei Flugautos. Einmal den. Und dann einen hin. Und dann so rein. Ich nehm immer den, weil der ist geiler. Weiß die dann natürlich spitze aus. Und ja, jetzt können wir halt fliehen. Ein paar Wahrkeiten hier, das stand zu machen. Die so ganz schnell immer die Macher. Ein paar Brude fühlen. Ja. 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 Dieter. Ich bin super. Ich will aussteigen. Manne, das muss mir quasi komplett zusammen paischen. Das ist ein Notfall. 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 Das ist ein Notfall.